Ich bin Insa und habe mir mit Roman Kaffee-Lit angefangen auszudenken und dann sind nach und nach immer mehr Leute eingestiegen und jetzt moderiere ich das Gespräch bei Kaffee-Lit. Ich glaube bei Kaffee-Lit machen lauter Leute mit und dazu gehört auch das Publikum, die was wollen, die nicht einfach so Dienst nach Vorschrift machen und die nicht einfach irgendwie ihr Programm runterreißen, sondern alle wollen was und dabei darf es aber auch schief gehen und es gibt Fehler. Also ich habe so einen, ich habe ein bisschen Christoph Schlingensie vorher gelesen zur Motivation und der hat so einen ganz tollen Satz gesagt in einem Interview und sagt da, wir müssen die Fehlerquote erhöhen und vielleicht ist das so ein geheimer Leitsatz auch. Und ansonsten geht es eigentlich ums Lesen und Lesen von Texten als Lesen von Leben und von gesellschaftlichen Situationen auch und es geht darum, den Kreis der Leute, die sprechen, zu erweitern, aber auch den Kreis der Leute, die zuhören. Ja, ich glaube genau deswegen, weil immer der Druck da ist, man muss alles wissen, man muss alles perfekt machen und man vertuscht auch, wenn irgendwas schief läuft und eigentlich ist viel schöner zu zeigen, wie alle immer etwas lernen und viel schöner zu zeigen, also zum Beispiel Fehlerquote, da ist Nikolas. Gehört mit dir zum Team? Eigentlich habe ich die schon länger, dass ich gerne was eigenes machen möchte und einfach nicht ganz zufrieden bin mit den Möglichkeiten, die ich habe, um über Literatur zu sprechen. Und immer wenn ich dann überlege oder sage, wie ich es gerne mal probieren würde, dann wird einem gesagt, ja, aber wo ist die Zielgruppe? Das will keiner hören, dafür gibt es kein Publikum und so. Erstens glaube ich das nicht und zweitens würde ich es halt gerne mal einfach probieren. Und ich glaube, das geht allen, die hier mitmachen so. Alle möchten einfach gerne mal was Eigenes machen und mal gucken, ob es wirklich nicht geht, wie man sich es vorstellt. Und das vereint uns, glaube ich, auch hier im Team so ein bisschen. Weil die alte Feuerwache in Mannheim echt ein spezieller Ort ist. Hier arbeiten ganz unterschiedliche Menschen, von denen ich noch nie gehört habe, wenn irgendein Vorschlag kam, geht nicht, sondern immer nur, wie machen wir es? Und Festival lesen, hören, das kenne ich durch Roger Willimsen, der auch so ein geheimer Geist hier im Hintergrund ist und eigentlich auch gar nicht so geheim, weil der uns viele Mittel in die Hand gegeben hat beziehungsweise hinterlassen hat, die jetzt mir die Möglichkeit geben, das hier einfach zu machen. Und Roger war Schirmherr für das Festival lesen, hören, ganz lange und war dann Programmleiter des Festivals. Und als er krank wurde 2015, da habe ich mit ihm, als er im Krankenhaus war, das Festival für 2016 geplant. Und erst drei Tage bevor die Eröffnung war und wir dachten eigentlich, er kann wiederkommen und ist dann da. Drei Tage bevor die Eröffnung war, ist er gestorben und das war, weil das Publikum ihn hier sehr geliebt hat und auch das Team der Feuerwache, war das ein Moment, ja, den wir gemeinsam mit dem Festivalpublikum eigentlich durchgestanden haben. Und das hat eine ganz spezielle Bindung auch zwischen Stadt und Festival und ja, allen geschaffen. Und es ist eine Stadt, die eine Arbeitergeschichte hat, die eine Migrationsgeschichte hat. Es ist eine wahnsinnig lebendige Stadt und eigentlich fährt man immer nur durch. Und wenn man einmal aussteigt, vor allem, wenn man in die Feuerwache geht, dann will man eigentlich immer zurückkommen.